Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 21 Jahren wurde das Karikaturmuseum in der Kunstmeile Krems eröffnet. Das Karikaturmuseum gilt als Österreichs einziges Museum für Karikatur, Bildsatire und kritische Bildgrafik. Das dreigeschossige Gebäude wurde nach Plänen des Architekten und Karikaturisten Gustav Peichl in unmittelbarer Nähe zur Kunsthalle Krems und zur Landesgalerie Niederösterreich errichtet. Das äußere Erscheinungsbild dieses Spezialmuseums ist geprägt von der markanten Dachkonstruktion, die auf die Dachlandschaft der alten Bauwerke in Krems Stein Bezug nimmt. Aktuell widmet sich eine Sonderausstellung bis Jänner 2023 mit dem Titel »100 Jahre Paul Flora« von bitterbös bis augenzwinkernd, dem Werk des Ausnahmekünstlers, der sich selbst nicht als Karikaturist sah. Der gebürtige Südtiroler ist vor allem für seine Venedig-Darstellungen und legendären Rabenzeichnungen bekannt, auch weit über seinen Tod im Jahre 2009 hinaus. »Paul Floras Linien lächeln«, so Erich Kästner über die Tusche-Federzeichnungen des satirischen Geschichtenerzählers Flora. Das Karikaturmuseum umfasst eine Fläche von 780 Quadratmetern. Dort befindet sich eine große Ausstellungshalle, die auch als Archiv von Manfred Deix dient und ein Ausstellungsraum, der politischer Kalkatur gewidmet ist. Das sogenannte Hieronymus-Kabinett mit Arbeiten des Architekten des Hauses und Kalkaturisten Gustav Peichl. Deix rüttelte an gesellschaftlichen Tabus wie kaum ein anderer österreichischer Künstler. Als Deix im Alter von elf Jahren ein Bild zum Thema »Der Rattenfänger« bei einem Zeichenwettbewerb einsandte, wurde seine Zeichnung mit der Begründung abgelehnt, es ginge um einen Kinderwettbewerb. Werke von Erwachsenen und Profis hätten hier nichts verloren. Deix sagte einmal »Merke«, jeder kann zur Deix-Figur werden, er muss es sich allerdings verdienen. Er galt als großer Katzenfreund. Seine 23 Katzen finden auch in seiner Pate-Erwähnung. Der 2016 in Klosterneuburg verstorbene Künstler, der auch als Musiker und Krimiautor tätig war, galt als das »Enfant terrible« der Karikaturszene. Im hauseigenen Deix-Archiv heißt es »Ladenschränke öffnen und den Kosmos Deix entdecken«. Zahlreiche Originale von Manfred Deix geben Einblick in die Abgründe und Untiefen der österreichischen Seele. Die Cartoons von Manfred Deix entfalten im Original ihr ganzes Potenzial. Technisch meisterhaft geführt sind sie inhaltlich ein zeitlos böse Abgesang über die österreichische Seele, so Gottfried Gusenbauer, der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems. Darüber hinaus gibt es auch ein digitales Deix-Archiv. Dieses ist nicht nur im Museum als Hörstation vorhanden, sondern auch als Hieronymus-App downloadbar und kann von zu Hause genutzt werden. Kopfhörer oder Ton an und wissenswertem zu Manfred Deix im eigenen Wohnzimmer lauschen. Es gibt sonntags Familienführungen um 14 Uhr. Interessierte erfahren im interaktiven Rundgang amüsante Geschichten zu den ausgestellten Arbeiten. Derzeit gibt es auch die Ausstellung über Florian Satzinger »Donald made in Austria«. Dem Werk des auch in Los Angeles und in Cannes bekannten »Character Designers« ist der gesamte erste Stock gewidmet. Satzinger entwickelt neue Trickfiguren für Kino und Fernsehen und interpretiert existierende Figuren fürs digitale Zeitalter neu. Wer einen echten roten Boliden mit Donald am Steuer mitten im Raum oder einen Raben im Foyer entdecken will oder neugierig ist, was die mesolithische Maus von Florian Satzinger mit Halloween gemeinsam hat, das Karikaturmuseum Krems bietet Unterhaltsames für jeden Geschmack. Schmunzeln ist bereits vor Betreten des Museums angesagt. Am Vorplatz werden Besucherinnen und Besucher von »Herrn und Frau Österreicher«, zwei bekannten Figuren von Manfred Deix, erwartet. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.